Das ist die süße Seebesuker-Maus. Wir waren gerade mit so spazieren. Und die ist so voll die entspannte und die will jetzt eigentlich nur wieder nach Hause. Sonst trinken wir das Essen und dann schlafen. Und wir waren eigentlich nur 10 Minuten mit dir draußen. Das hat ja schon gereicht. Ja, man war schon warm. Sweetie. Oh, nee, nee. Ab ever. zuschlimm.